Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin pumpt ein bisschen. Wir haben brandaktuelle Zahlen. Die Inflationsrate ist ein bisschen zurückgegangen, also von den prognostizierten Zahlen. Die werden wir uns auf jeden Fall jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen und natürlich einen Blick auf den Chart werfen, weil es tut sich ein bisschen was. Wir sind zwar immer noch in der Range, trotzdem könnten diese positiven Zahlen jetzt etwas Auswirkungen für uns haben und natürlich auch für unsere Trades möglicherweise. Schauen wir uns alles jetzt im heutigen Video an. Heute Abend um 19 Uhr sehr wahrscheinlich Livestream. Ich kann es noch nicht zu 100% versprechen, aber ich versuche es auf jeden Fall zu schaffen, wenn jetzt nichts mehr so dazwischen kommt. Ich hoffe es zumindest nicht. Und ja, bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich auch alles for free, wenn ihr darauf Bock habt. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Also Bitcoin bei 30.850 US-Dollar. Wir haben brandaktuelle Zahlen aus den USA mit den Inflationsdaten. Die Kernrate prognostiziert waren 5%. Kernrate ist jetzt bei 4,8% und das finde ich eigentlich sogar ein bisschen wichtiger als die Hauptinflationsrate, die wir jetzt hier bei 0,2, wo hatten wir es, ne, hier bei 3% hatten. Weil die Kernrate genau das ist, was Pole sehen will. Pole will immer sehen, okay, die Kernrate soll einerseits sinken und natürlich die normalen Inflationsdaten. Und die Inflationsdaten normal sind auf 3% gesunken. Prognostiziert waren 3,1%. Letzten Monat hatten wir 4%, also es ist schon deutlich, deutlich zurückgegangen. Und das bedeutet natürlich auch, und da können wir jetzt gleich mal drauf gucken, ne, das wollte ich eigentlich nicht, wo haben wir es, hier haben wir es, so, CME Group, wie jetzt momentan so für die Zinsen aussieht. Man geht weiterhin mit 92% davon aus, dass die Erhöhung kommt derzeit. Ich glaube auch, dass die Erhöhung kommt. Ich glaube, da wird sich nichts mehr dran enden. Aber eventuell die zweite Erhöhung fällt dann vielleicht weg. Also wenn sich die Inflationsdaten weiterhin so positiv entwickeln. Bitcoin hat es positiv aufgenommen. Muss man auch mal sagen, endlich mal ein bisschen Bewegung, weil die letzten Tage war echt öde. Short hat sich nicht gelohnt. Klar, das haben wir ja schon gestern drüber gesprochen, dass das ein Szenario gewesen wäre. Aber gut, da schon gepennt habe. Ansonsten, Bitcoin 30,9 sieht erst einmal recht positiv aus. Nur, ich will es nicht hier wieder zu überhypen, dass wir jetzt hier 35k, 40k sehen. Wir sind immer noch in der Range. Und das ist das, auf was ankommt. Der erste Step waren jetzt hier die Verbraucherpreise, die sehr, sehr gut waren. Also die Inflationsdaten, die Kernrate runter. Das kann uns zumindest jetzt mal ein bisschen weiter einen Auftrieb geben. RSI würde ich jetzt mal nicht beachten, Volumen jetzt auch nicht. Natürlich wird sich, denke ich, die nächsten ein, zwei Stunden dann ergeben, ob wir es wirklich mal hier drüber schaffen. Einerseits über die Marke von 31.000, weil das ist eigentlich so unsere Hauptmarke. Die 31k müssen dauerhaft durchbrochen werden. Weil egal, wie ich hier die Linie ziehe, wir gehen jetzt mal hier auf 31k. Wir hatten immer nur mal so, ja, hier ein Stunden-Close, insgesamt vier Stunden drüber. Dann hier mal so ein bisschen, aber so einen richtig signifikanten Break über die 31k hatten wir noch nicht. Und das ist eben die Zielmarke. Ein Daily-Close über 31k wäre extrem bullish. Ansonsten hat sich nichts geändert. Deswegen will ich das Video jetzt auch nicht zu lange in die Länge ziehen. Weil wir haben morgen noch wichtige Daten. Erzeugerpreise kommen morgen auch noch. Sollten die auch fallen, könnte das hier wirklich unser Breakout-Szenario dann endlich mal werden. Aber grundsätzlich sieht es nicht schlecht aus. Huch, das wollte ich auch nicht. Es sieht nicht grundsätzlich schlecht aus momentan. Wir haben immer noch die Range. Das ist das Wichtige. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass wir zumindest ein Fakeout sehen. Ich mache jetzt mal die große grüne Box hier weg. In diesem Bereich zwischen 31,8 und 32,4. Das ist die Marke, die es meiner Meinung nach zu brechen gilt. Long läuft weiterhin. Kriegen wir noch im Laufe des Tages oder heute Abend vielleicht sogar im Livestream nochmal so ein Fakeout. Möglicherweise Richtung 29k oder 28,8 werde ich die Position verdoppeln. Ansonsten eventuell dann hier oben eben den Short eingehen. Solange wir in dieser Range sind, brauchen wir uns überhaupt nicht weiter fortzubewegen. Ich werde weder hier noch ein Long-Signal geben, noch ein Short-Signal, weil das Risiko einfach zu hoch ist. Es hat sich eine Menge auf beiden Seiten angestaut. Egal, ich kann euch das mal einzeichnen. Wir haben eine Menge Shorts hier runter, beziehungsweise Longs, die hier liquidiert werden. Und wir haben eine Menge Shorts, die hier drüber liquidiert werden. Das sind die zwei Cluster. Halten wir uns länger hier drüber und können das bestätigen, dann komplett Bullenabfahrt. Brechen wir hier drunter, bleiben aber hier drin auch bullisch. Bleiben wir gegebenenfalls dann hier drunten, dann gehe ich davon aus, dass die Korrektur startet. Das sind die Szenarien und ich weiß, ja, es kann nach oben oder nach unten gehen. Ja, es kann grundsätzlich nach oben oder nach unten gehen. Ich wollte euch einfach nur damit erklären, dass wir einfach in dieser Range sind. Uns braucht es jetzt einfach nicht mehr zu interessieren. Trend in der Range ist erst einmal intakt. Sieht gut aus, volumentechnisch kommt auch ein bisschen mehr rein, sieht auch nicht schlecht aus. Aber wie gesagt, die Range gibt es vor. Oder zumindest die 31k brechen. Die 31k bin ich bullisch. Ansonsten bleibt die Range einfach bestehen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier, ich bleibe irgendwie weiter bei diesem Weg, dass wir hier nochmal runter gehen. Und das würde auch dafür sprechen, Bitcoin liquidiert nochmal die ganzen Longs, die da unten sind. Weil wir halt letzte Woche zehnmal hätten Long gehen können an der Ecke. Und immer wieder entweder liquidiert wurden oder noch nicht ein Lower Low kam. Deswegen bleibe ich bei Ethereum jetzt auch erstmal so. Und Ethereum hat halt noch einen Vorteil. Wir haben hier oben noch ein schönes Short-Cluster. Dieses Short-Cluster, wir machen das ganz kurz weg, ist einfach die Ineffizienz, die wir hier bei 1.940. Und dann halt natürlich auch diesen WIC, den wir hier oben noch haben, bis ungefähr 1.960. Das sind so momentan die Zonen, die ich für einen Short möglicherweise anpeile. Das würde da noch so Bitcoin 31.5 wiederum bedeuten, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Aber wir sind momentan einfach mittendrin. Es macht auch hier keinen Sinn, hier irgendwelche Positionen gerade aufzumachen. Golden Pocket ist noch ein bisschen weg. Da ist sehr, sehr wenig Liquidität. Die meiste liegt hier oben bei der Ineffizienz. Und darauf kommt es an. Wir haben weiterhin dieses Pattern. Der Support hält unten. Mehr brauche ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wir brauchen das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen würde ich sagen, das war jetzt das aktuellste. Brandaktuelle Inflationsdaten. Schauen wir mal, was jetzt in den nächsten Stunden so kommt. Sollten wir, wie gesagt, nach oben hin ausbrechen. Und uns da halten auf Daily Close Seeds. Bullish aus. Ansonsten immer noch ein bisschen Seitenlinie warten. Gut, und damit würde ich sagen, heute Abend, 19 Uhr, auf jeden Fall Livestream. Wenn ich es, wie gesagt, schaffe. Aber auf jeden Fall, haltet euch 19 Uhr frei. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann hören wir uns später wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und das war es wie immer von mir. Ja, bis dahin oder bis später. Ciao, ciao. Wie immer. So, stay cool.